Herzlich willkommen, liebe Zürcher und Zuschauer, zum 46. Teil der Zusammenführung der vier Evangeliumsberichte. Alles blau auf dem Fenster, daher sehen wir, wie wir sind im Johannes-Evangelium, Kapitel 17, und sind stehen geblieben hier bei Vers 22. Den haben wir im letzten Teil gelesen und fahren fort mit Vers 23 von Johannes 17 und schauen uns von den letzten 410 Seiten die nächsten 15 Seiten an. Also wir lesen bis Seite 320. Ja, vielleicht auch hier nochmal zur Anbindung, nochmal Vers 22. Sagt Jesus und ich, die Herrlichkeit, welche du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, auf dass sie sein mögen, eins gemäß wie wir eins sind. Und das ist das Ziel von Gott und seinem Sohn, ja, dass alle Brüder, alle Kinder Gottes, alle Brüder des Herrn Jesus oder Geschwister, kann man auch sagen, eins seien. In einer Gesinnung, in einem Willen und in einer Natur am Ende sich vorfinden. Am Ende, das ist das Ziel. Jesus sagt, ich in ihnen, also Jesus in uns, und du in mir, also der Vater in Jesus, ja, auf dass sie sein mögen, vervollkommnet, in eins, und auf das erkennen möge die Welt, dass du mich geschickt hast. Ja, das ist das Problem in der Welt, dass zu erkennen, dass Jesus von Gott gesandt wurde, um alles zusammenzubringen, das, was halt im Neuen Testament niedergeschrieben steht, gänzlich, das ist es, was Menschen erkennen müssen, das erkennt heute nicht die Welt. Die Welt zieht sich das für sich an, was ihnen gefällt, oder worin sie verführt wurden, vom Kindesalter an, möglicherweise, ja. Ja, das soll aber die Welt erkennen, wenn sie die Bibel liest, dass das von Gott aus so gewollt war, er schickt seinen Sohn, er erledigt hier seinen Auftrag, und das führt zu etwas sehr Guten am Ende. Ja, sie sollen das erkennen, und sie liebst gemäß, wie du mich liebst, dass wir vor Gott genauso viel wert sind, wie sein Sohn Jesus Christus, dass das nicht so eine Elitefamilie dort oben ist, der Vater und der Sohn, vielleicht noch so der Heilige Geist, und alle anderen sind davon getrennt. Ja, und ja, Gott hat ja seinen Sohn mehr lieb als uns, nein, Gott möchte alle Kinder, ja, in seinem Reich willkommen heißen, und liebt sie gleich, wobei es natürlich dort nach den Gesetzmäßigkeiten schon auch Unterschiede gibt, ja, wie zum Beispiel das Erstgeburtsrecht, ja. Wer die Bibel kennt, der kennt das, in unserer Welt gibt es das nicht mehr so groß, also, wir haben jetzt nicht in Deutschland, wenn wir Kinder auf die Welt bringen, das Erstgeburtsrecht dort im Vordergrund, aber laut der Bibel hat der Erstgeborene Männliche mehr Möglichkeiten, ja, mehr Pflichten, aber auch mehr Privilegien als alle anderen Geschwister. Und so ist natürlich auch hier, dass wir nicht denken können, ja, wir stehen mit Jesus, näher, alle auf einer Stufe, wenn wir seine Geschwister sind, sondern, nein, hier zählt das Erstgeburtsrecht. Der Erstgeborene Jesus hat mehr Möglichkeiten als wir, die können wir ihm auch nicht wegnehmen. Der Vater könnte ihm die wegnehmen, wenn er sich daneben benimmt. Das kann Jesus nicht, ja, in seiner Natur, als göttliches Wesen, da werden wir ihn nie davon, also, wir werden ihn nie erleben in der Ewigkeit, dass der Erstgeborene Sohn Jesus missbaut, und wir dann als nächster Erstgeborener aufrücken in der Hierarchiestellung, denn das wird nicht, das wird nicht passieren. Ja, aber damit müssen wir uns abfinden, wie Gott ja auch sagt. Ihr kennt die Gesetze, und so halte ich mich ja auch da dran, ihr könnt ja oben nicht machen, was wir wollen, sondern, so wie im Himmel, so auch auf der Erde, nach dem Gesetz wird gelebt und regiert. Vater, welche du mir gegeben hast, ich will, dass wo ich bin, auch jene sein mögen, zusammen mit mir, auf das sie schauen mögen, die Herrlichkeit, die meine, welche du mir gabst, da du mich liebtest, vor dem Niederwurf der Welt. Das Ziel ist halt, dass wir als Menschen heute auch immer in die Herrlichkeit kommen, so zu sein, wie Jesus ist, und dann Jesus auch sehen in seiner Herrlichkeit und die Herrlichkeit des Vaters, ja, das wird am Ende möglich sein, ja, auch da wird es nicht so sein, ja, Gott und Jesus, die bleiben bei sich zusammen, und wir sind ganz weit weg, auch in der Ewigkeit, nein. Wie eine Familie ist man dann zusammen, ja, und Jesus macht ja auch klar, dass er jetzt hier nicht nur erst da ist auf einmal als Mensch und dann irgendwie verherrlicht wird, sondern dass er hier schon vom Niederwurf der Welt an ist da schon präsent, ja, und hat eine Aufgabe, die er erfüllt hat als Sohn Gottes, ja. Und, ja, das muss man glauben, oder nicht, was halt dazu in der Bibel steht. Gerechter Vater, sagt Jesus, also Jesus sagt selbst, der Vater ist gerecht, auch die Welt dich keinesfalls erkannte, also bisher scheinbar, die Vorstellung über Gott, er ist Gott und seine Natur und seine Regeln oder wie auch immer, ich aber erkenne dich oder erkannte dich. Und diese erkennen, dass du mich geschickt hast, ne, die zumindest an ihn glauben, ne, wer an Jesus glaubt, sozusagen das Neue Testament glaubt, was da drin steht, der hat auch erkannt, ja, den Vater in Bezug seines Handelns. Vielleicht nicht völlig, aber im Verständnis, sich jetzt nicht mehr die Fragen darüber zu stellen, wie ist eigentlich der Vater. Und machte bekannt ihnen den deinen Namen und werde bekannt machen, auf das die Liebe, mit welcher du mich liebst, in ihnen sein möge und ich in ihnen. Ja, dass auch hier die Liebe auch auf alle ausgegossen wird, auf die Kinder Gottes und jetzt nicht nur beim Sohn generell ist und dass auch Jesus unter uns ist oder in uns, kann man ja auch sagen. Ja, da haben wir auch wieder das mit dem, sie machten bekannt deinen Namen, also wer sich dahinter verbirgt oder den wortwörtlichen Namen, darüber kann man streiten, machen wir heute nicht. Jetzt sehen wir, es wird rot, das heißt, hier ist wieder Matthäus mit eingeflochten und auch schwarz, Markus. Dann kam zusammen mit ihnen der Jesus zum Freiacker, der genannt wurde Gethsemane, jenseits des Winterbaches der Kidron, wo es war ein Garten, in welchen er hineinkam und er sagte zu den seinen Jüngern. Setzt euch hier, bis dessen davongegangen ich für mich beten werde, dort. Gut, Jesus geht jetzt fernab zum Beten und die Jünger sollen halt dort erstmal warten. Es wusste aber auch Judas, der Übergebende ihnen, die Städte, da oftmals versammelt war der Jesus, dort zusammen mit den seinen Jüngern. Also hier war es ein Ort, der öfters besucht wurde wohl, wenn man dort in Jerusalem war. Und genommen haben den Petrus und die zwei Söhne Zebedeus, Jakobus und Johannes, zusammen mit sich selbst, Finger an für sich betrübt zu werden, voll Grauen und niedergedrückt zu werden. Was jetzt bevorsteht. Das wusste ja Jesus. Dann sagt er ihnen, tief betrübt ist die meine Seele, bis zum Tod. Bleibt ihr hier und wacht mit mir. Ja, das Wachen. Auf was? Wachen, warum und wieso? Wachen auf die Soldaten, die vielleicht kommen mit Judas und ihn festnehmen wollen. Ja, ich würde sagen, nein, hier geht es um das Wachen generell, das auch angeordnet ist. Die Nacht des Wachens, der Passanacht. Ja, da soll man nicht schlafen. Und hier, sondern Wachen, ein Ziel, das auch bis heute wohl noch Bestand hat. Und er riss sich los von ihnen, als wie der Wurf eines Steines, und legte nieder die Knie, fiel auf sein Angesicht. Das hat da sozusagen auch die Jünger Jakobus und Johannes selbst und Petrus so nochmal beiseite hier. Geh mal kurz weg, ihr bleibt hier, bleibt aber wach. Und er betete da halt nochmal für sich selbst zum Vater. Ja, er sah Angesicht auf die Erde und betete für sich, mein Vater, wenn möglich es ist, gehe vorüber von mir, der dieser Kelch. Möge vorübergehen die Stunde. Also, wenn möglich es ist, sagt Jesus hier, als Mensch auf Erden. Vielleicht gibt es da noch eine andere Option. Wenn es sie aber nicht gibt, ja, schauen wir mal, wie es denn ist, ne? Indes keinesfalls, wie ich will, sondern wie du, sagt Jesus. Also, was auch immer geschieht, egal, was ich jetzt wollen würde, wahrscheinlich raus aus der Situation gehen, ja. Aber wenn du willst, dass das durchgeführt werden muss und soll, dann sei es so. Das ist kein Problem für Jesus. Aber der Vater, alle möglichen Dinge sind bei dir. Wenn du beabsichtigst, wegzutragen, den, diesen Kelch oder Becher von mir. Ja, indessen nicht der mein Wille, sondern der deine soll geschehen. Ja, je nachdem, wie es ist. Also, wenn der Vater die Möglichkeit hätte zu sagen, wir lassen das, also du sollst jetzt nicht die schlimme Stunde hier erfahren und einen schlimmen Tag, weil wir noch eine andere Option haben, die auch alle Menschen ins Reich Gottes am Ende bringen würden, dann würde wahrscheinlich der Vater auch davon absehen, ne? Der Sohn hat zu ihm gebetet und hat ihn darum, ja, gebetet oder gebeten, dass er halt das nicht, ähm, doch machen soll, wenn es nicht nötig ist. Aber wir gehen davon mal aus, dass der Vater sagt, es ist aber nötig. Es gibt keinen anderen Weg laut den Gesetzen des Himmels. Ja, einfach so machen geht nicht. Gott hält sich auch an die Regeln. Und wenn das der einzige gesetzliche Weg ist, die Menschheit zu erlösen aus ihrem Fall, dann muss es wohl so sein. Da muss der Wille des Vaters halten auch vollstreckt werden. Ja, und der Vater sagt, du geht nicht anders. Und der Sohn sagt, ja, wenn es nicht anders geht, dann machen wir das so. Ja, ist jetzt nicht so, dass Jesus ablehnt, sondern nur, wenn es noch eine andere Option gibt, mit dem gleichen Ziel, dass alle Menschen am Ende Zugang zum Paradies haben können, dann würde der Vater sicherlich es tun. Und wenn es ihn nicht gibt, dann sagt der Sohn, dann machen wir das so, ganz bestimmt. Und er kam zu den Jüngern und fand sie schlafend und sagte zu dem Petrus, so keinesfalls vermögt ihr eine Stunde zu wachen mit mir, wacht und betet, dass nicht ihr hineinkommt in die Versuchung, ja, wenn sie es nämlich nicht machen würden, gäbe es vielleicht Probleme. Interessant, dass er das vielleicht auch gar nicht zu allen Jüngern sagt, sondern nur zu den Dreien, den Verantwortlichen, die eine große Verantwortung tragen am Ende auch oder mit der Zeit. Dass sie erst recht wachen soll. Wenn jemand mal einschläft, dann ist es vielleicht noch nicht das Riesenproblem, aber es kann ein Problem werden. Aber wenn die Pastoren, die Hirten, die Leiter einschlafen, hat das nämlich schwere Konsequenzen. Daher wachen und beten, dass man nicht halt in die Versuchung kommt, was ja am Vaterunser-Gebet auch mit drin ist. Der zwar Geist ist eifrig, aber das Fleisch schwach. Ja, so ist das in unserer Natur. Wieder zum zweiten Mal hingehend betet er für sich, sagend, mein Vater, wenn keinesfalls es möglich ist, dieses, das Trinkgefäß vorüber geht vor mir, wenn etwa nicht es, was, wenn etwa nicht es ich trinken sollte, es geschehe der dein Wille. Ja, je nachdem, was möglich ist, soll geschehen. Solange die Menschheit ins Paradies kommen kann, ja, alle Möglichkeiten nehme ich wahr, auch wenn es mein Leben kosten sollte. Und zurückkehrend fand er sie wiederum schlafend. Sie waren gewiss demnach, die ihre Augen beschwert worden sind und keinesfalls sie hatten wahrgenommen, was ihm sie antworten sollten. Ja, oh, ich bin müde. Ja, und verlassen sie hingehend, wiederum betete er für sich zum dritten Mal, dieselben Worte sagend. Da erschien aber ihm ein Engel von des Himmels, ihn zu stärken. Die menschliche Natur von Jesus ist halt da, man hat schon Lust jetzt da zu sterben, weiß, was auf einen zukommt. Da ist eine Stärkung vom Himmel vielleicht im geistigen Sinne auch nochmal ganz praktisch. Ja, wie es auch hin und wieder mal im Buch Daniel erwähnt wird, oder auch in Offenbarung, dass halt, wenn der Geist kommt, hier ist ein Engel, und der einen berührt, dann kann das den Gemütszustand stark verändern. Also Hilfe von oben kann auch unsichtbar kommen und auch an uns wirken, ohne dass wir es vielleicht sogar merken, wenn wir etwas bitten, was, ja, in Gottes Willen ist. Und es geschah erst beim dritten Mal, nicht beim ersten und zweiten Mal. Und er befand sich im Ringen, in Brünstiger betete er für sich. Es wurde aber der sein Schweißfluss als wie Gerinnsel des Blutes. Ja, schwere Situation. Wenn man dann weiß, am nächsten Tag gekreuzigt und ausgepeitscht und, naja, schwermes handelt. Ja, da hat man wahrscheinlich die Hoffnung, vielleicht kann man dem Ganzen ja auch noch irgendwie anders entgehen. Und bittet darum, dass, wenn es diese Möglichkeit gibt, dass es einem gewährt wird. Wie gesagt, der Vater hat es sicherlich getan, wenn es eine andere Option gegeben hätte. Ja, so dass das Blut hier von Schweiße halt wahrscheinlich untertropft. Herabt, trieft auf die Erde. Und aufstehend von des Gebetes kommend zu den Jüngern, das dritte Mal fand er sie schlafend liegend. Vor der oder von der Betrübnis. Und er sagte ihnen, was schlaft ihr? Ihr steht auf, betet, dass ihr nicht hineinkommen mögt in die Versuchung. Ja, seid am Schlafen, das sind fort und ruht ihr euch aus. Es ist soweit, es kommt die Stunde. Siehe, es ist genaht die Stunde und der Sohn des Menschen, der übergeben wird in die Hände der Sünder. Da war der Moment nun da. Da kommt jetzt die Problematik, die Versuchung. Ja, wo jeder geprüft wird, oder die Abhobung kann man auch sagen, oder übersetzen. Ja, und wer da schlafend vorgefunden wird, der hat es wahrscheinlich noch schwieriger als der, der gewacht hätte. Auf so eine Momente, die da kommen könnten. Ja. Sehr wahrscheinlich wird auch in dieser Passanacht, wie hier beschrieben, auch in der Zukunft noch eine eigene Stadt finden. Ja, schlecht für die, die es verschlafen. In der Nacht des Wachens. Wenn es um das Böse geht. So, jetzt ist es soweit, sagt Jesus. Er wusste ja, was auf ihn zukommt. Richtet euch auf, wir gehen. Seht, es ist genaht, der mich verraten hat. So springen wir wieder hier aus Markus, Lukas und Matthäus, wieder zurück zu Johannes, Kapitel 18, Vers 3. Und so fort, noch er sprach, kam er zu Judas. Einer ist der Zwölf und zusammen mit seiner Person eine große Schar. Mit Schwertern und Stöcken von den Hohepriestern und der Schriftgelehrten und den Ältesten des Volkes. Und alle dabei. Aber noch da er sprach, siehe eine Schar, und der genannt war Judas, einer der Zwölf, ging voraus ihnen und näherte sich dem Jesus, ihn zu küssen. Es hatte gegeben aber der Übergebene ihnen ein verabredetes Zeichen. Ihnen, sagend, welchen etwa ich gerne habe oder küsse, er ist es, fasst ihr ihn und führt ihn sicher ab. Jesus nun, der wusste alles, die kommenden Dinge, über ihn. Beim Herauskommen sagte er ihnen, wen sucht ihr? Sie antworteten ihm, Jesus, den Nazarener. Es sagte ihnen der Jesus, ich bin es. Es stand da aber auch Judas, der ihn übergeben hat, zusammen mit ihnen. Wie nun, er sagte zu ihnen, dass ich bin es, gingen sie zu nach hinten und fielen zu Boden. Da wurde ihnen also klar, also der scheint es hier zu sein, den wir erfassen sollen. Man hat vieles über ihn gehört und ja, die Göttlichkeit, Anwesenheit in Jesus, das jetzt bewirkte, das jetzt da zu Boden fielen, vor Angst oder wie auch immer von Gott gewirkt. Und sofort kam er zu dem Jesus, sagte er, freue dich, Rabbi, Rabbi, und er küsste ihn. Ja, der aber Jesus sagte zu ihm, Kamerad, über welchen Grund bist du hier? Judas, mit einem Kuss den Sohn des Menschen verrätst du? Wiederum nun sie fragte er, wen sucht ihr? Die aber sagten, Jesus, den Nazarener. Es antwortete der Jesus, ich sagte euch, dass ich es bin. Wenn nun mich ihr sucht, lasst diese gehen, also sein Jünger, auf das erfüllt werden möge die Schrift, welche er sagte, dass welche du mir gegeben hast, keinesfalls verliere ich von ihnen einen. Ja, also die zu Jesus gehören. Wahrgenommen haben aber die um ihn das Geschehende, sagten sie zu ihm, Herr, ob wir dreinschlagen sollen mit dem Schwert? Dann kamen sie ja zu, legten an die Hände, also Jesus hat nicht aufgeantwortet, an den Jesus und fassten ihn. Also die ganzen Leute, die mit Judas gekommen sind. Simon nun, Petrus, hatte ein Schwert. Er zog es und gab einen Hieb, den des Hohepriesters Knecht, und hieb ab ihm die Ohrmuschel, die Rechte. Es war aber der Name von dem Knecht Malchus, König übersetzt. Es sagte nun der Jesus zu dem Petrus, stecke das dein Schwert in die Scheide, denn den Kelch, welchen mir gegeben hat der Vater, keinesfalls überhaupt nicht, sollte ich ihn trinken? Oder von ihm trinken? Dann sagte zu ihm der Jesus, wende ab, dein das Schwert, an dem sein Platz. Alle gewiss demnach, die nehmen das Schwert, in Klammern hier in der Sache, das ist eine Auslegung, mit dem Schwert werden sie umkommen. Wenn er etwas versucht zu verhindern mit Gewalt, wir sehen das zum Beispiel bei dem König Josias, der da auch versucht mit dem Gewalt den Willen Gottes abzuhalten, es hat ihn das Leben gekostet. Auch hier hätte es Petrus das Leben gekostet, hätte er weiter versucht mit Gewalt, theoretisch jetzt gesprochen, das zu verhindern. Das heißt nicht, dass das so eine Pauschalaussage ist, der das Schwert in die Hand nimmt, wird das Schwert umkommen. Oder meinst du, dass keinesfalls ich fähig bin, jetzt zuzusprechen, den meinem Vater, und er mir bereitstellt, mehr als zwölf Legionen Engel? Also auch hier, dass Petrus klar werden muss. Glaubst du etwa nicht, dass Jesus sich nicht selber helfen kann? Dass er deine Hilfe braucht? Wenn Gott dieses hier nicht will, was passiert? Hoffentlich hat es Petrus in dem Moment geholfen, diese Aussage. Wie nun sollen erfüllt werden die Schriften, da so es geschehen muss? Ja, und die Jünger hatten vielleicht unter anderem noch andere Vorstellungen über die Zukunft, mit Jesus zusammen zu regieren, die Römer aus dem Land zu treiben. Aber Jesus hatte hier andere Pläne, wie und wann was geschehen soll, mit seinem Vater zusammen. Lass es zu, nur bis zu diesen. Und anrührend die seine Ohrmuschel heilt er ihn. Also das durfte jetzt hier alles passieren, aber Jesus hat dafür gesorgt, dass alles wieder hergestellt wird. Ja, den Schaden, den seine Jünger da angerichtet haben. In jener der Stunde sagte der Jesus zu den Erzukommenden über ihn, den Hohepriestern und Herrführern des Tempels und Ältesten. Wie über einen Räuber seid ihr ausgegangen, mit Schwertern und Knüppeln, mich zu ergreifen. Gemäß täglich war ich bei euch in dem Tempel, saß ich lehrend. Keinesfalls habt ihr da ausgestreckt die Hände an mir, jedoch diese ist eure, die Stunde und die Vollmacht der Finsternis. Ja, einerseits gibt es keinen logischen Grund, das zu tun, aber es sollte ja so kommen. Ja, dass dies hier so geschehe, macht hier Jesus nochmal klar. Dieses aber Ganze geschah, das erfüllt werden sollte, die Schriften, die Propheten, dann die Jünger alle verließen ihn flohen. Ja, da sie flohen, könnte man noch übersetzen. Ja, aus Angst, jetzt haben sie es festgenommen, was ist mit uns, nehmen sie es auch noch fest, lasst uns bloß abhauen. Und einer, irgendein Jüngling, folgte ihm, also Jesus, sich umhüllt haben, mit Leinwand, über die nackte Haut. Und sie fassten ihn die Jünglinge, also die jungen Soldaten wahrscheinlich, der aber zurückließ die Leinwand, nackt floh er von ihnen. Ja, ganz nackt oder mit Unterhose, das ist nicht ganz klar. Die Truppe nun und der Oberste der Tausend und die Untergebenen der Juden ergriffen zusammen den Jesus und banden ihn. Und sie führten ab ihn zu den Hohepriestern, Hanas, zuerst, er war gewiss demnach der Schwiegervater des Kaifers, welcher war Hohepriester des jenes selbigen Jahres in das Haus. Da praten sie jetzt erst rein. Tja, Hohepriester, ja, gibt welche, die sind zu alt möglicherweise, geben ab den Dienst an den nächsten Jüngeren, ab 50 den Hauptdienst, aber das sind alles Auslegungen. Es war aber Kaifers, der Rat gab den Juden, dass es vorteilhafter ist, einen Menschen umzubringen für des Volkes. Ja, das haben wir schon gelesen. Petrus folgte von Ferne. Es folgte aber dem Jesus Simon Petrus und der andere Jünger, der aber jener Jünger war bekannt, dem Hohepriester, und kam zusammen mit dem Jesus hinein, da wo es halt war. In den Hof des Hohepriesters, wie auch immer da eine Bekanntschaft war, vielleicht ein Familienverhältnis, kann alles sein. Der aber Petrus hatte gestanden an dem Tor, draußen. Es ging nun der Jünger, der andere, welcher war bekannt, dem Hohepriester, was wahrscheinlich Johannes selber war, und sagte es der Torhüterin und führte hinein in Petrus. Vitamin B, hey, den kenne ich, lass den mal rein, au, alles klar. Es sagte nun die Magd, die Türsteherin, dem Petrus, nicht auch du von den Jüngern bist, des dieses Menschen? Er sagte jener, keinesfalls bin ich es. Ja, also hier zu leugnen, dass er ein Jünger ist, hat er hier getan. Zum Schutz wahrscheinlich, weil er sonst Probleme bekommen würde, von sich aus würde er sagen. Es standen aber die Knechte und die Untergebenen, Moment, es standen aber die Knechte und die Untergebenen, ein Kohlenfeuer gemacht haben, da kühl es war, und sie wärmten sich. Es war aber zusammen mit ihnen der Petrus, dastehend und sich wärmend. Ja, da sind wir schon bei Seite 320 angekommen. Ja, hier sehen wir, dass alles seinen Lauf nimmt, von der Festnahme, bis hin jetzt zu dem, was Jesus alles schon angekündigt hatte, gegenüber Petrus, was er machen wird, was nicht gut ist. Ja, alles nimmt hier seinen Lauf, ja, in diesen Dingen. Und Jesus wusste es, was auf ihn zukommt, und er zieht das jetzt durch. Ja, weil er sieht, der Vater hat zumindest, na gut, er kann ja immer noch eingreifen. Die schlimmste Zeit kommt ja noch, dass man jetzt festgenommen wird, ist ja noch keine schlimme Zeit. Aber egal, was kommt, wenn Jesus es gebeten hat, wie auch wir Gott etwas bitten, wenn es nicht Gottes Wille ist, wie auch wir Gott bitten, und wenn es nicht sein Wille ist, dann wird er das nicht machen. Weil es für uns nicht nützt, oder anderen nichts nützt, wenn er uns diese Bitten erfüllt, wenn wir zu ihm beten. Ja, so ist das. Müssen wir uns daran gewöhnen. Gott weiß es besser als wir, was Gebetserhöhungen oder Nichterhöhungen bewirken können für unser Leben. Ja, wenn es noch Fragen gibt, Anmerkungen zum Text, dann nutzt den Kommentarbereich. Sonst, so Gott will, sehen wir uns dann nächste Woche wieder zu den nächsten 15 Seiten hier. Und so langsam bringen wir die Sache ja dann auch zum Abschluss. Bis dahin, Gottes Segen. wir sehen uns dann, wie die compiler, die Bersen der Kirchen, die ist k Mann, die ist k machine für die beiden. Ja, bitte nicht mehr das, was hinterherher. Vielen Dank.